Finger weg vom Elektroschrott. Erstens wegen der erhöhten Brandgefahr oder es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Die Geräte wurden ja nicht umsonst ausgemustert. Den nehme ich mir mit ins Wohnheim. Zweitens, auch wenn es nicht so scheint, ist es Diebstahl. Der Schrott wird in der Regel gegen Geld abgeholt. Herd mit Ofen. Den nehme ich auch mit. Und drei Tage später brannte das Wohnheim. Nur Fachleute wie Elektriker sollten an defekten Geräten Reparaturen durchführen und können so deren sicheren Betrieb gewährleisten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber putzen sie sich in der Regel mit. Noch eine großartige Veranstaltung. Wir wollen die Mürand出去! Ein dummes G Sevies. Und das Pizza. Und dannaram将 dasettrer Treppen aumenten. Vielen Dank.